Batterie Okay, der Drucker geht ein bisschen doller ab Da kommen wir nicht durch Würde ich jetzt mal so sagen Mitarbeiterraum Ja, schön, kommen wir auch nicht durch Alter, du kannst diese Überwachungskamera missglauben? Kannst du diese Überwachungskamera missglauben? Muss er uns wirklich alle die ganze Zeit im Auge behalten? Dieser Kontrollfreak kann mich jetzt wahrscheinlich in seinem Büro sehen Wie ich das hier schreibe Vielleicht hat mal einer Ein Mitarbeiter in die Kasse gegriffen Aber so etwas würde wir doch nie machen Richtig? Dave Nothing Nothing Vitalux C Okay, ja, deines Gründheits Schön, eine Pille noch und dann haben wir es etwas erhöht Das ist so cool Ja, sieht nicht gut aus So, okay Waffe feuern? Fuck Bitches Der hat da gesessen Sehr schön Okay, alles klar Kompressoraum Kompressoraum und Stromraum Stromraum Okay, alles klar Erwartungsfrühle Er ist blockt von der anderen Seite Blockt von der anderen Seite Hier haben wir noch eine Batterie Die nehme ich mir gleich Äh, okay Okay, okay Sicherungskastenanweisung Dieser Sicherungskasten ist bei folgenden Räumen verbunden Büro, Managerbüro, Überwachungskameraum Ah Gang Mitarbeiterraum Kompressoraum Jeden Schalter benutzen Jeden Schalter benutzen, um den Stromkreis in angegebenen Raum einzuschalten Der Strom wird im Kasten von links nach rechts verteilt Warnung Funktioniert in einem der Räume der Strom nicht, wird auch der Raum rechts daneben kein Strom erhalten Bis die Fehlfunktion abgeschaltet wurde Okay, alles klar Ähm, wir wollten Der Überwachungsraum War M M würde ich gerne einschalten Sieht eigentlich schaltet aus So Schauen wir nochmal Der jetzt Saft hat Ja Hat er Hat er, wie schön Nächste Kamera wechseln Okay Ersatz Die Zahlen sieht man über die Kamera Hier sieht man jetzt eine Zahl Ist sie vier Oh Die alte Hier haben wir eine Eins Oh krass Eine Fünf Und eine Zwei Also vier Eins Eins Fünf Zwei Schauen wir nochmal Ob das hier laut Äh, äh, vier Eins 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 Fünf Zwei Zwei. Uh, yeah. Ein Vitalix. Na geil. Was ist denn, oder? Erhöht dein Tempo. Nice. Sehr cool, sehr, sehr cool. Alles klar, wir sind mit der Gesundheit schon um ein Level aufgestiegen. Und mittel ist. So, hier hat sich der Drucker jetzt mal ein bisschen geimpft. Geht denn ab? Alter. Die Ausdauer nochmal um drei erhöht. Sehr cool. So, finden wir hier noch irgendetwas? Entschränken ist nichts. Ich muss sagen, das hat so ein bisschen so leichte Fallout-Algüren für mich irgendwie. So alte Bürogebäude durch Streifen irgendwie. Alles so ein bisschen verrautert, vermodert und halt schon echt runtergekommen. Sehr cool. Die Musik erinnert mich auch etwas. Sogar ein bisschen daran. Ist etwas englisch. Derzeit, jetzt gerade. So, Mitarbeiterraum. Können wir nochmal probieren, dass wir jetzt im Mitarbeiterraum das gewuppt bekommen. So, warte mal. Schauen wir mal hier erstmal rüber. Schauen wir hier. Munition. Hier zu. Klick, klick. Nicht durch. Hier war er auch verdremmelt. Ja, blockt von der anderen Seite. Genau. Die nehmen wir mit. Was ist denn hier? David, du Dummkopf. Du hast schon wieder an deine Lochkarte im Gerät stecken lassen. Bist du wirklich so dumm? Ich habe sie dir in deinen Spind geschoben. Erneut. Ines. Okay, gut. Jetzt müssen wir irgendwie den Mitarbeiterraum anscheinend in Gang bekommen. M. Achso, alles klar. Gut, dann machen wir was anders. Machen wir es so. So und so. Und dann würde ich sagen, dürfte jetzt hier immer noch Strom. Warum zieht jetzt immer noch Strom? Ich habe mich gerade verguckt. Mitarbeiterraum. Das ist doch die Umkleide, oder? Oder habe ich da jetzt etwas übersehen? Ne. Machen wir alles aus. Da kennen wir ja nichts. Da kennen wir ja nichts. Oh ja, wo ist das? So, okay. Die Frage ist jetzt, der Automat ist aus. Normalerweise dürfte jetzt eigentlich nichts passieren, ne? Soll ich es mal trotzdem probieren? Ihr sagt alle ja? Okay. Kann ein Fehler sein, aber... Okay. Ja, der tut er. Das tut er. So, hier haben wir noch... Ach, guck mal, wir können jetzt bis 105 hochgehen. Das ist cool. So, hier haben wir... Schlüssel. Krieg jetzt den scheiß Schlüssel, ja? Na! Mann! Mann! Oh Mann! Danke, Dave! Super, Dave! Die Lochkarte. Danke. Danke, Dave! Oh shit, Alter. Das ist ja... Das ist ja fies, ey. So, finden wir... Na ja, hier finden wir was. Sie hat einen Jungen erwähnt. Die sahen in den Abendnachrichten. Er sagte... Sie waren immer ein bisschen verrückt. Wir wussten nur nicht, wie sehr. Okay. Herrscherfzeiten, Alter. Auf den spinnten du es wieder? Mal angenommen. Mal angenommen. Ich schalte... Jetzt... Oh! Oh! Okay. Also ich war gerade nicht allein. Zwei von denen, Alter. Aber... Ihr holzt. Die Freunde. Schön rasiert. Schalte ich mal alle wieder ein. So, machen wir zu. Der Automat hat jetzt vorne Strom. Wenn ich jetzt an den Automaten rangehen würde... Liegt er jetzt irgendwo drin? Ja! Ja! Yes! Aber ich kriege Power abgezogen, ne? Sterbe ich jetzt mit Ema oder kriege ich einfach nur Power abgezogen? Ich probiert. Ich probiert. Ich ziehe durch. Ich ziehe durch, Mann! Oder... Ich könnte ja auch völlig clever sein und jetzt einfach mal sagen, gestalte ich den Strom hier aus. Guck mal so. Quasi so. Immer noch. Das haben wir. Okay, 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 okay. Jo, ich reich mir auch. Also. Hat man zählt. Fast zu müde. Und Tempo ist einmal voll auf Level 1. Sehr geil! Jetzt wollen wir ein bisschen Ausdauer, ne? Werden wir da auch auf 1? Das ist natürlich sehr schön. Und du kommst hier rein? Oho. Na? Was tut wieder, Dave? Nee. Jorge. Da muss ich hoch. Ja, komm. Das ist schon witzig. Und wie soll jetzt auch kommen? Natürlich. Natürlich. Danke, Jorge. Und? Da ist er fallen. Ja. Ich muss mir nochmal helfen, Kumpel. Das ist doch fürchterlich. Das Problem ist, wenn ich... Nein! Nein, mein... Nein! 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 Das ist gut. Das kann ja schön geschnitten werden. Kann ja mal... Mh! Weil ich so springe. Einfach nur. Das ist natürlich der Sprung für den Arsch. Das heißt, ich muss mit Anlauf... ...machen. Ja. Hier hätten wir nochmal eine schöne Batterie. Kann ich jetzt eigentlich mit der Scherbe. Also das wäre schon... ...wär eine schön starke Scherbe. Whatever. Quatsch. Naja. Gut. Ich möchte mich jetzt nicht darüber beschweren, was jetzt hier unrealistisch ist und was nicht. Was haben wir hier? Solid Snake gehen wir hier mal durch. Warten. Was, wo kommen wir jetzt hier hin? Oh, oh! Da war doch gerade eine Sicht, oder? Oder ich bin nicht? Oh Mann, ey. Oh, der nächste Spiegel. Ja, toll. Also, oder klar, glaube ich bin in der Elektronikabteilung. Gut. Machen wir erstmal ein bisschen Platz hier. Die Frage ist, wo ist sie wieder? Okay, das ist jetzt nicht so. Mehr Batterie. Hier brauchen wir auch eine Sicherung. Nein, kann ich jetzt hier linkspringen? Nein. 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 Die Sicherung. Wunderbar. Ähm, nichts. Keinen Saft. Komm ich mal ganz kurz hier vorne nochmal um. Don't staring at me. Alter, das ist ein fucking Duster hier überall. Ich hab's hier vorne. Schön. Noch zu naschen. Na, 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 na. War doch wieder RTL. Du Scheiße. Okay, eine Batterie. Horge, Sie müssen die Shinitsu-TVs noch auspacken und schön präsentieren. Passen Sie besonders mit unserem Kronenjubel auf dem neuen Shinitsu XXL. Schalten Sie dann alles über den Schalter an der Tür ein. Achten Sie darauf, dass der Strom da ist. Anderson. Aha. Alles klar. Nice. Mann, 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 Mann. Achso, äh, nee, warte mal. Wir müssen ja erstmal die Sicherung worin machen. Und das war... Ja. Du kommst da rein. Jetzt können wir hier vorne... ...den Strom anschalten. Oh, wie schön. Ja. Okay. Jetzt quasi anderthalb. Ui. Stuhl mit Nachricht. Verurteilt, beobachtet und angestarrt werden. Was sind die Dinge, von denen sie mir alle Kraft entkommen... Äh, mit denen sie mit aller Kraft entkommen wollte. Sie haben sie immer angestarrt. Don't block at me. Okay. Okay, 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 okay. Cool, 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 cool. Okay. Nicht angestarrt werden. Okay und der letzte und da ist er, so dann kommen wir zu mir hier. Ja, du willst dich verstecken. Die Welt ist besser ohne die Zerbrauchenden. Sie bringen Schmerzen und fügen anderen ihren Schmerz zu. Bist du auch ein Zerbrauchender? Hm, gut question, next question. Tja, wenn man sich die Frage mal selber stellt. Also zerbrochen ist man wahrscheinlich nicht, aber ich denke wir tragen alle den anderen nur Päckchen mit uns. Okay, ich glaube hier muss ich mal kurz nochmal die Sicherung rauszahlen. Und dann, jawohl, können wir hier durch. Fantastisch. Crouchen. Die Schinize-Ausstellung. Mitarbeiter. Die meisten neuen Spielzeuge gingen beim Unglück verloren. Ich werde daher diesen Bereich absperren und abdecken. Bis die neue Kollektion eintrifft. Gehen Sie da nicht rein. Er wird derzeit als Lagerplatz benutzt. Das stehen ungeöffnete Kartons rum. Und ein Spiegel ist dort drin. Anderson. Und ehrlich gesagt, gruselige Schlicht hier. Schwingungen. Ja, schön. Was haben wir hier? Mom machte das Abendessen. Aber es ist jetzt in einem Eisschrank. Bei Feuer schlief Dad immer den ganzen Tag, also brachte ich ihn zur Laderampe. Im Dachstuhl hatte er immer Mut. Jetzt verbirgt sich mein Bruder im Lager. Ich? Mir geht's gut. Alles okay. Dann Unglück. Und da ich böse bin, bin ich in einen seelenlosen Abfall. Wohlt. Wohlt. Okay, alles klar. Wir müssen acht. Oh nein, scheiße. I need a coin. Not working. Ist nah drin. Ist das ein Schlüssel? Das ist ein Schlüssel. Da brauchen wir eine Münze. Dann machen wir das mal. Und wir sind hier. Alles klar. Alles klar. Wir gehen hier hin. Blocked from the other side. Heißt also. Warte mal, wir haben. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich denke, sie wird wieder hier sein. Hier will ich nämlich hin. Es ist eine Fusebox. Das funktioniert. Offiziere zu erinnern. Ah, wir waren ja doch schon. Und da ist... ... ... ... ... Sieht ihr mich jetzt? Sie war doch nach vorne, ne? Wut, 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 wut. Come on. Ah, wo ist er? Come to me. Hier, schönit. Maybe later. Maybe later. Patron. Hier, schönit. Nein, Mann. Über dich lacht doch keiner. Entspann dich doch mal. Postkarte. Für 1,99. Da haben wir sie. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und damit könnten wir auch... ... ... ... ... ... Und vertrieben in die kleine Schönheit. Das Problem ist, ich muss sie hierher locken. Hier muss er her. Hier muss er her. In der Hoffnung, dass hier irgendwo ein Spiegel oder... ...äh, ein Schlüssel dahinter ist. So. ... ... ... ... ... Ich bin immer anscheinend ein bisschen zu schnell. Na los, dann Geister mal ein bisschen weiter nach vorne. So, jetzt, auf geht's. Schlüsse zum Westflügel. Sehr geil. Okay, hier vorne ist die Karte, äh die, die Kasse und hier ist unsere Münze drin. So, das was wir jetzt machen, die ziehen wir da rüber und die ziehen wir da rüber. Wir sind hier der Zünnungser. Sehr schön, sehr schön. Ich bin immer wieder da. 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 Ich bin immer wieder da.